hi leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von aragami und wir machen wieder weiter so mal gucken was uns jetzt erwartet es sieht doch ganz klar glaube ich auch nach er so halt ja finale würde ich ja sagen dass wir auch bald da sind weil ich mich informiert habe und ja das ist schon ein sehr schwieriges level was wir jetzt gerade haben mal gucken sora der general der kairo so ein bisschen jetzt zum pfad so so jetzt sind wir schon ein bisschen ganz nah wo wo okay die teleportiert sich auch okay nein okay das ist wohl doch ein bisschen schwieriger als gedacht aber das kriegen wir hin leute das ist jetzt nicht so schwer hier ist mit mir nichts so genau so so oh 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 so okay lassen wir es nochmal kurz auf okay 102 meter entfernt oh 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 und ich habe das das kriegt mir nichts das kriegt mir nichts dasериator ne hier kriegt mir jetzt nichts erst nichts ach ich habe geklückt Ok bisschen konzentriert. Sehr gut. Nein ok ich glaube das geht jetzt noch aber trotzdem ist es nicht einfach. Noch 106 Meter, ok aufpassen. Oh oh ich habe nicht gesehen. Oh 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 oh. Bisschen aufpassen. Nicht zu voreilig sein. Wir haben es auch gleich geschafft. Ok. Ok. Hier sieht ziemlich nichts. Hier sehen wir uns kurz noch ein bisschen Schatten. Hm. Hm. Oh. Ok. Hier. Nein. Ach man. Das ist echt nicht einfach das Level. Aber das kriegen wir hin Leute. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht unmachbar. Oh 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 oh. Nein. Ok. Ich muss irgendwie anders da machen. die kann es so gut treffen. Die kann es so gut treffen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wie ich es jetzt am besten machen soll. So. Ok. Ok ok. Wie machen wir es jetzt am besten. Wir müssen eng schon da rüber. Ok. Dann dahinter. Ok. So. Sie ist jetzt da. Kommen wir jetzt nur am besten da rüber. Ok. 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 Oh. 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 Ok. Ok. Wir haben noch ein Glück gehabt. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Oh Mann. Das blöde List. Konzentration Nein, immer da vorne Das kann doch nicht sein, dass es so schwer ist Gibt mir einen Trick oder so, wie ich das am besten hinbekomme Nein Okay, die kann echt nerven Ich kann wirklich echt nerven Ich habe das zu sehen Oh nein, das war so knapp. Wart mal kurz. Warte mal, wie kann ich eigentlich das Ding wechseln? Genau, das wollte ich. Okay, sie kann mich selbst da so sehen, okay. Okay, sie kann sich erst schnell teleportieren. Mal kurz Schatten sammeln. Alter, ist das schwer. Ich wusste schon, dass es so schwer wird. Aber so schwer. Glück gehabt. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie da rüber. Ich habe es gleich geschafft. Ja genau, Alter, wie kann man denn von der abhauen, wenn die ganze Zeit herum teleportiert? Wie geht denn das? Kann schneller teleportieren als wir. So. 2,90 Meter. Oh nein, ich dachte. Oh, das war knapp. Jetzt ist sie da. Wie machen wir das jetzt nur am besten? Starte. Starte. Das war knapp. Nein. Überall ist sie. Überall ist sie. Überall ist sie. Nein. Ich springte jetzt hier durch. Alter, das kann doch nicht sein, Leute. Wie kann die nur so stark sein, ey. Ich werde schon hängen. Schatten aussammeln und danach geht es weiter. Okay, okay. Wie sieht man direkt, weiß wo ich bin. So in etwa. Wie sieht man weiß wo ich bin. Das Ziel ist auch noch ganz nah. Das ist halt auch das blöde. Oh, 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 oh. Nein. Warum wird es nicht gerade ausgelaufen? Das ärgert mich total jetzt. Okay, okay. Jetzt aber Concentration. Du schaffst das. So. Nochmal. Konzentration. 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 So. so jetzt aber das war knapp leute das war richtig knapp gerade das war gut ok jetzt ist es noch schwieriger sie und die typen da ist es noch nicht Nein, ok Und wenigstens fange ich hier wieder an Glück gehabt Alter Die ist total nervös Leute So Okay Komm schon, komm schon, komm schon Nein, Alter, wieso? Wieso? Die ist total nervig, Leute Die ist total nervig Die ist total nervig, Leute Nein, ich wollte doch gerade teleportieren Also die ist total nervig Warum sind die alle immer so nervig? Nein Oh, super Warum kannst du die nicht auch schalten? Das, was ich hätte gerne wollen tun Ja genau, das ist komisch auch noch Sie kann uns Text sehen Nein, super Komm schon Wenn ich das doch schaffe Schaffe ich das andere doch auch Oh, oh Das war knapp Okay, okay Nein 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 Vielen Dank. So, wieviel Meter noch? Oh. Komm schon. Ja, nein. Wieso steht die genau da an der Treppe? Dann kriegt man die doch auch nicht. Alter, das ist total unfair gemacht. Die kann man nicht mal aufschalten. Das ist auch das blöde. Die kann man auch nicht mal aufschalten. Also, das ist ein bisschen mehr. Und jetzt kann man die doch auch nicht mal aufschalten. Und jetzt kann man ja auch nicht mal aufschalten. Also, ich kann das nicht mal aufschalten. Ja, ich kann das nicht mal aufschalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann nicht mehr in Ruhe die Typen platt machen, weil die genau da ist. Oho. Nein, alter, genau jetzt, alter. Ich kann nicht mehr in Ruhe. Ja, gleiche Münze, ich weiß. So eine gleiche Münze, aber eine schwierige Münze. So, ich warte jetzt mal kurz, wie geht sie? Ja. Jetzt habe ich schon Glück und sie geht. Warte mal kurz. Ja. Super, sie ist weg, super. Sehr gut. So, Leute, ich würde sagen, beendet den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Part geht es da weiter. Und ja, dann gucken wir mal, was uns erwartet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne das dann noch O geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.